Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Commando Conquer Teil 3 Operation Dabbing Winsern Feuersturm Blax! Ach ne, Aufzeiten der Nord, hab ich vergessen, Entschuldigung. Mein Gott, was für ein Titel. Ja, heute ein Tag später, 26.5 Uhr haben wir jetzt und ich würde das Spiel heute gerne beenden. Meine dritte Aufnahme, ja. Schauen wir mal, wie es wird. Wir sind ja jetzt offensichtlich schon in der letzten Mission. Ähm. Ich finde es gut, dass unten bei Weltherrschaft noch ein Ausrufezeichen steht, hat sich ja jetzt erst. Hallo? Hallo? Warum braucht ihr jetzt eigentlich immer so lange, um die Dinger zu laden? Sind es wahrscheinlich einfach zu viele. Schaut euch das mal bitte an. Schaut euch das mal bitte an. Februar hab ich angefangen, ne? Jetzt haben wir bald Juni. Aber egal. So, laden, zack. Siggity Zag. Halb eins haben wir jetzt. Ich warte noch auf mein Mittagessen, währenddessen läuft eine Maschine, weil ich will heute einfach zocken. Ich hab heute richtig Bock zu holen. In diesem Sektor regulieren drei weitere Kontrollstationen Kabals Verteidigungseinrichtungen. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Ah ja, okay. Ja komm, haut ab. Haut bloß ab. Die Verstärkung ist eingetroffen. Wo? Ihr? Aha, aha, aha. Der Teufelszunge. Naja. Ich lass die erst mal schön abholen. Was soll's. So. Ne, weil ich, äh, ab gestern wollte ich schon eigentlich die ganze Zeit zocken, aber es hat dann irgendwie alles länger gedauert als ich wollte. Haben wir schon mal zum Zeitpunkt der Aufnahme gesehen. Nein. Das wäre sehr schön gewesen, wenn ich das hinbekommen hätte. Habe ich leider nicht. Ähm. Ja. Äh. He. Versteh ich nicht. Sorry. Ah. Wieso kommt ihr denn wieder, ihr Schweine? Aber ich weiß nicht, ob jetzt die, die Haftminen so wichtig sind. Kann ich jetzt so nicht, so nicht sagen. Boah, ist das in der Arme. Okay, ich komm jetzt nicht über die Brücke drüber. Auf jeden Fall. Ist das schon mal fucked. Öh. Wo ist denn der zweite da? Okay. Was schießt der? Was schießt der? Ich hör doch irgendwas schießen. Äh. Äh. Niemals. Bringt das was? Ne. Überhaupt nicht. Komm weg hier. Wir müssen hier weg. Verstärkung ist angetroffen. Holla, die Waldfee. Ein Bauhof. Sehr gut. Neue Baumöglichkeiten. Wir müssen hier den Kraftwerk machen. Fuck. Arge. Ja gut, komm. Müssen wir nochmal machen. Wir greifen jetzt auch direkt an. Ist mir jetzt scheißegal. Oder? Ist das sinnvoll? Ich weiß grad gar nicht. Ich hab die Haftminen auch noch nicht so gerafft. Los, lasst hier töten! Alles vernichten! Wer könnt ihr denn? Bringt das denn wenigstens was? Könnt ihr mal bitte aufhören, euch alle töten zu lassen? Okay. Boah, die halte viel zu viel aus. Teufelsunge! Nein! Raketenspacken. Auch nicht schlimm. Positiv! Ihr bleibt schön hier, froh in der Nacht. Hierbleiben! Macht's kaputt! Bevor's abholt! Jawoll! Und jetzt... Tötet sie! Schweine! Oh, guck mal! Du hast dich sogar schon mal aufgelevelt. Geil! Ja, auf jeden Fall, gestern wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit zocken. Wollte richtig viel machen. Aber da hab ich irgendwann erst abends angefangen, weil ich dann noch irgendwie so ein bisschen arbeiten musste. Out-of-Air-Weiß-Urlaubs. Ja. Das war nur ne Kleinigkeit, aber bis der Server mal hier soweit war, ne? Mit meinem Home-Office. Ein Traum, sag ich euch. Ja, und, äh... Das war eigentlich so mein Plan, dass ich dann so, weiß ich nicht, so um ein Uhr fertig bin mit allem. Hab ich nämlich jetzt noch gesagt, dass ich mit einer Uhr mit der Aufnahme beginne. Letztendlich war's dann fünf, als ich fertig war. Und konnte dann noch ein bisschen was machen. Aber, das war auf jeden Fall alles andere als planmäßig. Und heute leider auch. Weil, äh, heute hab ich dann das Zocken ein bisschen vorgezogen, aber ich find das eigentlich immer doof, wenn ich zocke und noch nicht alles fertig hab. Das ist Käse. Käse ist das. Deswegen jetzt schön aufnehmen, vielleicht beenden, und dann Wäsche aufhängen direkt. Warum kommen denn da immer wieder welche hin? Das versteh ich nicht. Ja, kann man doch, kann man doch knicken, ey. Guck mal, guck ich doch mal an, wie lang die brauchen, um da... Ach, scheiße, ey. Ach, ja, toll, mhm. Einheit verloren. Weiß ich nicht immer mit meinem, äh, Gedöns. Okay, die kann ich dafür nicht verwenden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, guck mal, der eine ist schon tot, das ist gut. Ah, die sind befüllt. Äh, äh. Scherzkekse. Hätte ich mir auch mal sagen können, ihr Penner. Die können doch so ungefähr gar nichts, ne? Kann das sein? Fleisch. Boah, brauchen die lange. Jungens. Hab nie alle Zeit der Welt. Ja, doch, doch, ein Invasor, ne? Hab ich doch gewusst. Hab ich richtig geguckt. Ich hole die, ist einfach ab. So. Flutsch. Komm. Schnauze. Der ist, den brauchst du doch, sonst kriegst du keinen Bauhof. Ja, ja. Keep cool, mein Freund. Keep cool. Würdest du bitte hier nochmal rauskommen, oder? Ah, da ist er doch. Guck mal. Ja, Sir. Ja, Sir. Lass dich beladen. Lass dich besteigen. Und die Rexy auch sind zumindest schon mal gut gegen die Cyborgs. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Ja, aber morgen geht's ja schon auf große Reise, ne? Ja, Sir. Da wirst du auch die ganze Zeit zocken, aber es ist immer noch was anderes als... Ja, ja. Warum lacht der? Was hat der denn da rotes? Okay, jetzt nicht mehr, okay. Der hat ja gerade immer was rotes unten links dran. Aber ich finde, Alleinstock ist immer noch was anderes, wenn man wirklich so ganz entspannt sich dann einfach nur, ne, entspannen kann. Ganz entspannt entspannen kann. Schweine! So, okay. Auf geht's. Ich würd lieber erstmal nach unten kommen. Los, los, bewege! Okay, dann zerstör erstmal das. Okay, dann zerstör doch erstmal den hier. Oh, bums! Und weißt du was? Du gehst einfach schon mal dahin. Warum eigentlich nicht? Ja, äh. Ich finde, wir speitern hier einfach mal erstmal ab. Loggerflogig. Der Kern des Problems. So. Zack. Also, der Anfang war jetzt schon mal nicht unbedingt, äh... Oh, fuck. Wollte ich gar nicht machen. Äh. Gebäude verkauft. Ja, aber den könnte ich vielleicht tatsächlich schon mal einnehmen. Hier den... Ja, macht ruhig kaputt, was ihr kaputt machen wollt. Ist mir relativ egal. Ja, aber es ist auch kein Kosten-Nutzen-Faktor, ne? Einzige, was ein Kosten-Nutzen-Faktor wäre... Oder besser gesagt, ist... Ist eigentlich... Ah, ich hab ja so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht noch ein Bauhof ist, aber glaube ich eigentlich nicht. Ist eigentlich das Radar, genau. So, guck mal, jetzt können wir anfangen. Endlich mal... Ja, die Brücke ist hier zu... Heile zu machen, das bringt jetzt eigentlich auch nicht viel. Und wenn hier noch was anderes wäre, was sich lohnen würde einzunehmen... Ich hab hier meinen scheiß MBF, ne? Gebäude erobert. Oh, keine Energie, denn das ist, guck mal. Schön. Okay, gut. Das heißt, ab nach oben! Zu wenig Energie. Zu wenig Geld. Das wäre lustig gewesen, wenn ich das gesagt hätte. Ja, komm nicht weg von der Insel, ne? Ja, ja. Ich bau doch schon. Ich bau doch schon. Ah, okay. Auf geht zum Basenbau! Neue Baumöglichkeiten. Okay, guck mal, ein Radar habe ich schon mal. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann schon mal was sehen. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Okay, wenn ich das jetzt auch wirklich... Äh... Achso. Gut, vielleicht soll ich das doch kaputt machen. Da unten. Wie kostet das denn die Hand? Gut, ich sehe natürlich nicht, was das irgendwas so kostet, wenn ich noch keine Hand von Not hab, ne? Ja, komm, machen wir dann einfach kaputt. Komm, tötet ihn einfach, bitte. Ich bitte euch wirklich, inständig. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Guck mal, wie viele auf den einhacken müssen, damit aber was passiert, ne? Das ist schon krass. Jetzt sagt er wieder... Oh, du hast meine Basis zerstört! Äh, äh, äh. Was ich mir nur anfangen, ist, dass die diese lustigen Generatoren haben. Also diese... Äh... Schattengeneratoren. Ich versuchte sie, glaub ich, früher. Mal vor geraumer Zeit. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt mit zu vielen auf einmal kommen. Das wär ziemlich scheiße. Aber die raffe ich immer noch nicht, ne? Hab ich, glaub ich, schon mal dreimal gesagt jetzt mittlerweile. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber die werden so toll zum Erkunden, ne? Das hätte was, aber ne. Ich brauche halt einfach mal ein Buggy, wenn ich dann immer mal was hab. Äh, ist es halt nur... Hm... Na, ich weiß nicht, wie viel Tiberium da hinten ist. Na komm. Da muss man... Muss man jetzt auch einfach mal einen für Opfer, ne? Die Vorhut zu übernehmen. Du kannst mal hier unten schon mal erkunden. Und noch was Interessantes für uns. Okay, da ist Wasser. Hä. Lustig. Nein! Wo ist denn hier mein Johnny? So. Zack! Einsatz hier, nicht möglich. Energie niveau kritisch. Kommst du auch mal an hier, oder, äh... Okay, der muss sich durch die Erde buddeln. Kann ich dann nachvollziehen, dass er nicht allzu schnell ist. Ach, trotzdem. Wird gebaut. Wovon wir auch überfährt, ne? Okay, wir haben wirklich nichts anderes als das, was wir jetzt hier haben. Also der klügste Satz, glaub ich, den ich in meinem Leben jemals erwähnt hab. Hier muss ich aufpassen. Hier kommen garantiert irgendwelche lustigen, schwerelosen Geschöpfe an. Eliteeinheit? Was ist das dann? Oh, oh, oh. Ihr seid Eliteeinheiten, ne? Was kostet ihr denn? Möchtet ihr mir nicht zeigen. Tja, dann ist es halt so. Gut, dann bauen wir jetzt schon mal... Funkenradarzentrale brauchen wir möglicherweise nicht. Aber gut, die Eliteeinheiten... Ah, die könnten natürlich schon durchaus sexy werden. Weil ich könnte mir mal vorstellen, dass... Nein! Wie, jetzt schon. Mach das nicht. Bist du bescheuert? Ich hab doch noch gar nichts. Was ist da los? Ach, guck mal. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ö, 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 ö. Okay, das war's jetzt mal. Die wollen echt meinen Bauhof ficken, ne? Ich hasse euch. Ja, soll ich noch mal ein paar Eliteeinheiten bauen? Ich baue mal eine. Ich guck mal... Das sind bestimmt die hier. Die sind offensichtlich ganz schön robust. Das finde ich gut. Ja, okay. Artillerie. Erstmal ein Kraftwerk nochmal. Das nächste. Bauen wir erstmal ein Notmod. Zum Erkundun. Äh, erkunden. Äh, nicht Erkundun. Die Notmods, die sind so arschteuer eigentlich, ne? Für das, was sie können. Eigentlich können sie ja nix. Neue Baumöglichkeiten. Außer schön auf den Sack gehen, aber... Ah, ich kann es bestimmt um Lisken bauen, ne? Wenn die mir jetzt auch geklaut worden sind, neben den anderen Sachen, ne? Da raste ich aber aus. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Wir brauchen Silos. Wie? Nein! Ich muss Geld ausgeben. Ah! So. Ich will keine Silos bauen. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Das ist nämlich so ein Pizzelkram, was hier rumsteht. Ui! 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 Was ist hier los? Ach, jetzt kommt die Beriumviecher hier auch noch an, oder was? Könnt mich doch mal echt. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. So, Bums. Bums die Henne. Weg damit. Bau abgeschlossen. So, einmal schönes Technologiezentrum. Neue Baumöglichkeiten. Stealthpanzer und eine Teufelzunge. Einheit bereit. Ja, aber als Stealthpanzer kann ich ja auch gut zum Erkunden verwenden. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt hier irgendwelche Sensoren haben, um herauszufinden, wo der böse und böse Dennis denn ist. Einheit bereit. Ich brauche Tiberium. Das ist erst mal mein nächstes Ziel. Ui! Ui! Wird gebaut. Okay, ja, ich sollte aber auch mich schon mal darauf einrichten, dass ich Flak brauche. WTF?! Okay, das ist kein Tiberium. Ja, haben die mich schön gefickt, ne? Die Schweine. Ich glaube aber mit Invasoren zumindest muss ich nicht rechnen, dass die mir jetzt irgendwie was böses wollen. Kann ich ein mobiles Baufahrzeug? Kann ich bauen, ja. Und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Los, werd fertig, werd fertig, werd fertig. Motor an. Ja, komm. Du mach mal bitte einmal mit. Beteilige dich am Spaß. Ja, komm, mach das schon. So, und jetzt? Hahahaha. Ziiiitsch. Ha, ha, ha. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön. So lässt es sich doch leben. Hab zwar kein Fischchen Energie mehr übrig, aber auch das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, gut, dann begeben wir uns mal auf die Verkundungstour. Äh, da waren EMP-Gedöns. Ich glaub ich geh erstmal nach Norden. Schauen wir uns das erstmal im Norden an. Hier unten kann ich auch noch ein bisschen was machen. Wollte ich noch ein Raketen-Silo bauen, aber pfff. Neee. Stealth-Generator wird mir auch nix bringen. Äh, nein, 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 nein. Ich mein, ein weiterer wär zwar jetzt nicht verkehrt. Ich geh grad so ein bisschen auf dem Schlau, weil ich nicht weiß, was ich bauen soll. Hit-and-Run-mäßig können wir natürlich mit dem Stealth-Panzer vielleicht ein bisschen was reißen. Ach, ich guck erstmal. Wollte erstmal nochmal, erstmal gar nix. Ah, ja, 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 guck mal hier. Das werd ich sichern müssen. Das werd ich sicherlich sichern müssen. Na gut, okay, du hast gewonnen. Dann baue ich halt doch nochmal hier 5 Stealth-Panzer. Ja, dann werd ich hinterher wahrscheinlich einfach wieder eine Armee an, äh, Maulwurf-Panzern nehmen. Geh ich mal von aus. Mit so ein paar Stealth-Panzer als Ergänzung. Sie können halt schön weit schießen. Ein bisschen Luftwaffe könnte ich mich eigentlich auch schon mal drum kümmern. Wo ist denn hier mein... Was ist hier passiert, hä? Was passiert hier, hm? Wahrscheinlich kommt der jetzt gleich hier raus, ne? Das seh ich schon kaum. Das heißt, ich sollte hier auch nochmal einen Obelisken hinsetzen. Da unten hab ich einen Wachposten. Wenn man es so nennen kann. So, setzen wir mal unsere Luftwaffe hin. Hier. Banshee! Oh yeah, baby! Ah, ist ne Arschteuer. Da bin ich mir nicht ziemlich sicher. Weißt du jetzt, was das tut, total? Ich seh ihn nicht. Ha, aber Moment, ne? Ich kann leider nicht über die Brücke bauen. Und, äh, ich werde jetzt einmal kurz pausieren. Ich werde da oben jetzt nämlich mal ein zweites Standbein versuchen aufzubauen. Was ist hier los? Was ist hier los, hä? Raketenstart geortet! Raketenstart geortet! Raketenstart geortet! Holy shit! Ja, gut. Äh, dann machen wir was anders. Wenn das fertig ist, würde ich gerne einmal eine mobile Werkstatt haben. Kannst du dann nämlich schön austoben. Ja, komm. Jetzt ist das nicht dein Ernst, oder? Das sollte mich jetzt nicht töten. Aber hab ich doch gesagt, ne? Von hier, da kommen auch noch mal ein paar Penner. Wie prophezeit. Habt ihr viel Schaden erlitten? Ah, zwei Panzer sind draufgegangen. Leck mich am Arsch, okay? Weil ich würde mich gerne hier nämlich auch noch ein bisschen ausbreiten. Die Brücken würde ich dann zerstören. Gut, dann haben die noch ihre schwerelosen Kackpanzer. Oh, ein bisschen auf den Keks gehen. Einheit bereit. Das Flak. Bitte komm nicht auf die Idee selbst zu schießen, ne? Versteck dich mal da. Tada! So, dann würde ich nämlich einmal schon mal gerne... Äh... Nochmal, ne... Wo ist der denn? Wo ist die Hafterei? Bin ich doof? Einheit bereit. Wird gebaut. Dammit. Holy shit, dammit! So, bitte keinen Sensor, ne? Keinen Sensor. Ja, okay. Man hört schon... Er ist fleißig am Reparieren. Okay, drei Artillerien. Ja, Sir. Untergrund BMT. Alles einnehmen oder was? Waffenfabrik. Ich überlege gerade ernsthaft, ob das sich lohnt. Ah, das ist aber richtig cool mit dem... Nein, 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 nein! Ja, scheiße. Mein Fehler. Nein! Schön erwischt hat er mich. Der Arsch, ey. Man, man, man. Okay, dann warte ich lieber nochmal ab. Ah, Banschis, die sind natürlich schon... Die können was. Fuck! Wie? Was? Wo? Äh, ey! Uglex! Nein! Ich wollte doch gar nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche ein paar... Ich brauche ein bisschen... bisschen Flak. Ah, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Mein Fehler. Ja, hier. Komm mal. Also hier habe ich auf jeden Fall erstmal Flaks hinbauen müssen. Ohne Flaks. Ich hoffe mal, ich habe da genug Platz, den Scheiß da hinzusetzen. Das wäre ganz, ganz toll. Das wäre auch nicht nur toll, das wäre auch wichtig vor allem. Okay, da ist offensichtlich die Luftwaffe. Zang! Stellt euch mal ein bisschen kompakter hin. Jawolligen! So gehört sich das. Okay, cool. Das heißt, das funktioniert schon mal. Wir brauchen ein bisschen Flugabwehr. Ja. Hier, Flakstellung. Wird gebaut. Mal gegen Boden einhalten. Guck, ich stehe jetzt auch erstmal schlecht da. Mein Gott, was haben wir hier für Artillerien? Die nerven ganz schön. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Mal kurz gucken. Okay, ich kann hier einen Obelisken hinsetzen. Nur ein bisschen Schiss vor den Artillerien. Nicht, dass die dann uns hier in die Quere kommen können. Obelisk, nein. Obelisk. Es ist aktuell natürlich das Wichtigste. Dass ich jetzt an Kohle komme. Na gut, was mit euch ist, pfff. Das mach ich egal. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Komm, hier unten reicht doch jetzt eine Maschine, also eine Raffinerie. Machen wir erstmal den fertig werden. So. Du ernten da oben, bitte. Jetzt bitte weiter bauen. Wird gebaut. Okay. Hm. Wie mach ich das denn jetzt hier am besten? Oh, oh. Oh, oh. Mach ich nur wohin? Die Hauptbasis? Ja, okay. Hauptbasis. Ja, schön. Der Obelisk weg. Du Arschloch. Komm. Mach die kaputte, ey. Scheiß. Ich halte viel zu viel aus. Mensch, die sind toll. Okay. Naja, gut. Darf ich wieder einen nachbauen? Freut mich natürlich riesig. Ernten bitte, ne? Achso, du erntest schon. Okay. Das sah so passiv aus, was du da tatest. Einheit verloren. Ja, komm. Ist ja gut. Einheit verloren. Wo willst du denn hin? Was hast du gegen meine Radareinrichtung? Sag mal. Oh. Ja, gut. Komm. Komm, die Jungs brauchen ein bisschen Unterstützung. Warum reparierst du die denn nicht? Hallo? Die stehen da direkt neben dir? Einheit verloren. Was macht sie? Wettfällig, 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 wettfällig. Einheit verloren. Komm, Baby. Bau abgeschrieben. Zang. So, du machst erst mal bitte den hier kaputt. Und. Fapps. Wird gebaut. Ja, der wird das überleben, hoffe ich doch mal. Hoffe ich wirklich stark. Ich könnte hier vielleicht auch einen Feuersturmgenerator oder ähnliches hinbauen. Aber sehe ich jetzt erstmal noch als unkritisch. Komm, da unten ist jetzt nichts mehr. Ja, ich will hier aber die Maschine selbst nicht mitverkaufen. Richtig nur ungern. Den lässt sich jetzt erstmal sein Geld abliefern. Hier ist Essig. Ja komm, du kannst auch schon mal hier oben zurückreisen. Eure Erde mal da oben weiter. Okay. Ansonsten können wir nochmal ein bisschen... Was geht mit dir? Der repariert aber auch ganz schön langsam, ne? ...und deaktivieren sie mit dem Sicherheitscode die Verteidigungsanlagen. Gott sei Dank, den kriegst du ja doch wohl kaputt, ey. Himmel, Arsch. Aber die Luftwaffe sollte ich vielleicht wirklich nicht, äh, unterschätzen. Also auch meine eigene. Ich will aber gleich gerne nochmal einen Stealthpanzer bauen. Dann bauen wir hier nochmal... ...zwei Banshees. ...wird gebaut. Guck mal, da können wir noch einen hinsetzen. Schön hingepflanzt. Die sind bestimmt teuer, ne? Zeig den mir heute wieder nicht an. Ich nehm doch auf, oder? Scheiße. Das hätte ich mal früher nachgucken sollen. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ja, es ist... ...es ist ein bisschen zu riskant. Ich möchte eigentlich nicht, dass da irgendwelche Sachen kaputt gehen. Aber klar, wer will das schon? Weil drei Flachs... Bei der Luftwaffe kann ich wahrscheinlich schon einiges reißen. Die Attelerin gehen richtig auf den Keks. Die möchte ich dann nach und nach alle einmal plätten. Weil die gehen schnell genug kaputt. Zu wenig Geld. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Oh, geh doch mal bitte schneller kaputt. Ja! Kaputts, Gäser. Zu wenig Geld. Oh, jetzt hör doch mal auf, da unten deinen Scheiß abzugeben. Ich bitte dich. So, weg damit. Gebäude verkauft. Einheit bereit. Gucken wir nochmal zwei hiervon bauen. Wollen wir nochmal ein Stealthigen. Ach, nur um sich einen Überblick zu verschaffen. Warte mal. Wenn ich die Energie kaputt mache, funktionieren die Flacks von denen auch nicht mehr, ne? Das ist ja schon mal gut. Erstmal. Unten habe ich keine Flacken. Oh, jetzt schießt der hier wieder seinen Kack da durch die Gegend, ne? Bums. Ich brauche gleich auch nochmal ne zweite Dings hin. Wir können auch mal die Spielgeschwindigkeit grad mal ein bisschen erhöhen. Zumindest so. Äh, speichern. Also, ich glaube der Start ist jetzt erstmal soweit okay. Ich glaube zwar jetzt noch gar keine Einheiten oder sonst irgendwas. Oh no. Einheit bereit. Unterstütz mal ein bisschen ein bisschen. So. Geht doch. Und deaktivieren Sie mit den Sicherheitscodes die Verteidigungsanlagen. Raketenstart fertig. Unerwartet. Ah, scheiße. Okay, da geht doch mein Luftwaffe drauf, der Arsch. Fuck. Na ja, gut. Können wir knicken, komm. Dann machen wir das einfach brachial. Was soll's, ne? Wo sind denn hier meine schönen Panzer? Oh nein. Oh no. Was soll das denn? Was soll das? Oh, scheiße, ey. Na ja, gut. Was willst du machen, ne? Fuck, das regt mich grad ein bisschen auf. Ich hab mir jetzt auch nicht gerechnet. Einheit bereit. Können wir mal... Einmal hier so ein schönes Kraftwerk bauen. Reparieren. Die knubbeln sich da alle so krass, ne? Bau abgeschlossen. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Pfff. Wird gebaut. Ja, ich brauche eine zweite Raffinerie. Eindeutig. Erobern Sie diese Stationen und deaktivieren Sie mit dem Sicherheitscode die Verteidigungsanlagen. Weil die Verteidigung, die ich jetzt hier brauche, das kriegen sie auch immer hin. Schön. Freut mich auch. Aber hier sind viele Artillerien, ne? Mach mal den kaputt. Oh, versuch das bitte. Ach guck mal, das ist auch eine Flagge. Einheit verloren. Okay. Okay. Da rasten sie direkt aus und rächen sich, ne? Ja guck, wo sind sie hin? Was soll das? Sind die bescheuert? Ich versteh's nicht. Tut mir leid. Ich bin da ein bisschen zu doof für, glaube ich. Also das Schöne ist ja, ich krieg die ganze Zeit Kohle, ne? Obso, der wird jetzt jetzt zweitens gehen repariert? Ja, okay, gut. Dann kann ich jetzt auch weiter bauen. Dann knall ich da unten nochmal einen zweiten hin. So, zack. Wollte ich jetzt noch bauen. Eine zweite Raffinerie. Nach da oben hin. Weil hier oben sieht sie eigentlich ganz gut aus. Ah, hier unten bringt ja auch nichts, wenn die dann sowieso direkt wieder verschwinden. Mit dem Flak und so, ne? Auf und so. Hier schon wieder irgendwelche Untergrundspacken. So, bitte lass mich nicht irgendwo hinsetzen können. Raketenstart geortet. Komm, sag es mir. Dankeschön! Darauf hab ich doch nur gewartet. Ja guck mal, die zerstören meine ganzen Angriffsleude, ne? Das ist echt schon scheiße. Wie kann ich denn das in den Griff bekommen? Bau abgeschlossen. So, okay. Dann reparier dich mal hier. Scheiße, ey. Komm, dann wuselt da jetzt alle oben schön rum. Wird gebaut. Der einzige, wie ich mir da was einfiel, wäre so. Wo willst du denn hin? Sag mal. Die Einheit bereit. Was hast du vor? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja okay, eine haben sie kaputt gemacht, die Schweine. Einheit verloren. Ja, landet ruhig im Wasser. Klar. Warum nicht? Voll Idioten, ey. Gestoppt. Oh man. Einheit bereit. Ja, ich weiß noch nicht so genau, was ich jetzt von der Situation hier gerade halten soll, weil so ganz... Äh... Warum fühle ich mich nicht? Erstmal diese... Bekackten Luftangriffe gehen mir ja richtig auf den Keks. Und vor allem geht mir auf den Keks, äh... Die Raketenabschüsse. Einheit bereit. Ich verstehe aber noch nicht so ganz genau, was die jetzt hier eigentlich von mir wollen. So, warte mal. Könnte auch eine Raketen sich nur bauen. Toll, hui. Einheit bereit. Oh, guck mal. Kann ich schon mal kaputt machen? Äh, reparieren? Ja, kaputt machen denn sie... Jo. Oh, ich knall hier einfach alles mit Flak zu. Das ist natürlich Option 2, die ich hab. Einheit bereit. Machen wir doch nicht so einfach. Ähm... Ich find die Flak nicht. Wo ist die denn? Da oben. So früh konnte ich schon... Einheit bereit. Achso, ich hatte zuerst das Radar natürlich. Schau übrigens mal, wie er nachbauen könnte. Wenn wir grad mal so auf. Bau abgeschlossen. Leider nicht möglich. Es ist bereit. Ja gut, wir knallen hier halt alles mit Flak zu. Gut, dann schießen die Rakete da rein, ne? Es gibt hier einfach keinen sicheren Weg wegen diesen dummen Superwaffen. Einheit bereit. Und wir auch hart auf die Eier gehen. Zu wenig Geld. Aber zwei Obelisken machen sich hier schon ganz gut, so wie es aussieht. Einheit bereit. Warte, ich kann eigentlich meine Flugzeuge verkaufen. Verkaufen! Wird gebaut. Wahrscheinlich, haha, haha, bedeutet so viel wie, haha, ich hab ja wieder Flugzeuge. Sieht wirklich so aus, ne? Sieht wirklich so aus, ne? Oh, ja, auch das noch! Natürlich! Du klein Stück Scheiße, ich seh. Was ist wo? Ah, sieht mir meine Raffenerie zerstört! Der Arsch! Toll! Dann bauen wir halt einfach ne neue! Wo liegt das Problem? Hier, komm, dann liefere deinen... Driss mal da ab. Wir kriegen immer mehr Sammler, ne? Das ist schon geil. Komm, hier, ich brauch Geld. Ich brauche, brauche, brauche Geld! Denn ihr Bienen, der chält! Okay, machen wir jetzt mal wieder... Fahren wir jetzt erstmal wieder den Gang zurück. Und erkunden wir jetzt mal ein bisschen. Ja, hier, Sir! Also innerhalb meiner Basis sah es jetzt erstmal ganz gut aus. Mit den... Fünf, vier Flags hab ich jetzt. Okay. Ist in Ordnung. Sollte passen. Artillerin geben wir auf den Sack. Auf jeden Fall. Was geht hier sonst noch so ab? Da ist ein Radar. Die haben keine Energie offensichtlich. Was ich nicht nachvollziehen kann. Hau ab! Da ist Le Bauhof. Wut. Jetzt nur, wo hab ich den grad hingesetzt? Ist das schon wieder nachgewachsen? Oder hab ich deine Einheit zerstört oder so? Ähm, einmal bitte hier abernten. Achso, der ist voll, ne? Scheiße. Also vier sind auf jeden Fall schon mal okay. Komm, mach das weg, 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 mach das weg. Du verschniesel dich. Erobern Sie diese Station. Erobern Sie diese Station. Ja, 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 ja. Ist ja gut. So. Und noch ein Sammler mehr. Wird gebaut. Ach ne, die Flak war oben. Hier. Wird gebaut. Ich muss einfach alles so mit Flak zu kacken. Hier bleibt keine andere Wahl. Guck der da ja aber doof, ne? Gestoppt. Wo ist denn hier mein, äh... Ach du Scheiße, ist das nah dran. Viel zu nah dran, okay. Äh, 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 äh. Da sind ein paar Zivilisten. Ich suche jetzt eigentlich erstmal die Energie. Weil da könnte ich natürlich von hinten schon so den einen oder anderen reinschleusen, ne? Um die schon mal zu zerstören. Ah, das sieht da oben auch schon mal ganz gut aus. Ja, ja. Ja, ja. Danach direkt einen Bomber, oder die Bomber auf den Bauhof ansetzen. Das wäre jetzt so mein Plan, den ich jetzt hätte. Einheit bereit. Okay, fünf Energien. Aber Energie ist aus! Das heißt... So wie es für mich aussieht, müsste ich eigentlich keine Probleme mit der Flak haben. Gucken wir doch mal. Blicken wir mal hier hin. Einheit bereit. Haha, wie geil ist das denn? Warum haben die denn keine Energie? Bei mir ist das relativ egal. Hört auf, lass mich in Ruhe. Ja, das macht den Bauhof schön kaputt, ne? Egal. Man muss Verluste auch dulden können. Na, wenn das Ergebnis passt. Jetzt haben die nicht genug dafür. Ich glaub's ja nicht. Ja, kommt doch ruhig mit eurem Scheiß an. Kommt doch mit eurem Bombern. Was wollt ihr? Einheit bereit. Okay. Ja gut, wenn das so ist, äh... Heliports, wo sind sie denn? Da. Wird gebaut. Ah, okay. Wenn das so ist. Wenn das hier. Ja, ich habe das Video. Ja, jetzt habe ich.